Hallo und Willkommen zurück bei Let's Play Daredevil. Daredevil, ja, Daredevil, ähm, um ein bisschen von... Oh mein Gott. Hab ich das... Ach du Scheiße. Boah, das... Das wird richtig lustig werden, sag ich euch jetzt schon mal. Ich möchte ein bisschen von Saboteur wegkommen, weil so von wegen das Spiel kaputt spielen. Alles schon vorgekommen, man spielt und spielt und spielt und dann hat man keinen Bock mehr und spielt ein halbes Jahr nicht mehr und das möchte ich euch ersparen. Ach du Scheiße. Und deswegen spiele ich jetzt nach Ewigkeit mal wieder Daredevil und ich möchte kurz anplanen, äh, anplanen, ich möchte kurz anplanen. Ich möchte kurz ankündigen, dass ich das jetzt auch in HD hochladen werde. Ich hab nämlich unter anderem rausgefunden, warum die Videos so grisselig aussehen an manchen Stellen. Wupp, da ist einer aus der Mafia. Ach ja, wir kämpfen gleich gegen Bulls, all soweit ich weiß. Ich hab mir mal meinen eigenen letzten Teil noch mal gesehen. Oh mein Gott. Ähm. Nämlich muss ich einfach nur die Videobitrate hochstellen. Einfach nur, höhö, dadurch werden die Videos zwar scheiße groß, aber egal. Und ich werde sie dazu dann auch noch in 3D hochladen. Der Emulator unterstützt zwar nur die Auflösung 800x600 Pixel. Da ist was. Was ist das? Ach, ein Daredevil-Zeichen, genau. So. Äh, der... Emulator unter... Oh, fuck. Emulator unterstützt zwar nur die, ähm... Nein. Nein. Äh, unterstützt zwar nur die Auflösung 800x600 Pixel, aber... Ähm, wenn ich das dann abspeichere, geht dabei ein bisschen Qualität verloren. Und ich guck mal, ich werde jetzt einfach meine halt die hochladen. Scheiße, die Wand. Boah, wird das lustig. Ach, du verdammte Scheiße. Ja, das gibt's zu sagen. Wie gesagt, ich spiel's mal wieder, um mal wieder was anderes zu spielen als Saboteur. Und vielleicht auch meine aktuellen Leute, die sich meine Let's Play anzusehen, anzuregen, andere Videos von mir anzusehen. Oh, ach, ne, komm, leck mich. Oh, yes. Leben. Nein, gar nicht leben. Wow. Kollege. Geht's dir noch ganz... Gut. Scheiße. Was bist du denn für einer? Ah, da hinten ist ein roter Pfeil, das ist gut. Yes, Level geschafft. Oh, 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 ich bin so gut. Ich benutze mal einen anderen Safestate, hab ich mir überlegt. So, und das ohne ein einziges Mal den Safestate wieder aufzurufen, möchte ich nur mal anmerken. Ich bin anscheinend doch noch sowas zu gebrauchen, außer Nazis abzuknallen. Ja, dann kann ich schon mal ankündigen, dass ich demnächst ein Let's Play Together aufnehmen werde. Äh, mit Surreal LP. Ähm, der weiß das natürlich schon. Den hab ich schon eingeweiht. Übrigens, wir nehmen nächste Woche oder so Let's Play Together auf, falls du's noch nicht weißt. Ist vielleicht ganz interessant für dich. Nein, ähm, ich sag das an alle anderen, die das noch nicht wissen. Ja, äh, wir werden gegeneinander doch noch vorspielen. Und wir wissen noch nicht, ob das nur einer hochlädt oder beide. Das gucken wir dann mal, wie wir lustig sind. Wir sind zwei, zwei lustige Gesellen. Oh, ein fetter. Aber wir haben... Und ne dumme Tuse mit Messer. Ach, verdammt, ey. So, die haben wir biff weggekickt. Und jetzt ihn noch. Den komischen Punker mit den weißen Haaren. Ich erinnere mich, die haben mir das Leben schwer gemacht. Da steht ein Bagger. Also, auch wenn das Spiel relativ schwer ist, muss ich sagen, es ist doch schon irgendwie cool. Ich mag vor allem gerade die Umgebung sehr gerne. Das sieht einfach nur cool aus. Und hier unten haben wir ein Leben. Oh, wir haben schon ein neues Leben. Okay. Hier unten. Ah, na toll. Warum... Ach Gott, ey. Warum komme ich hier denn jetzt nicht... Oh. Und... Das möchte ich auch haben. Wie geil, ein Dixi-Klo. Haha. Ein Dixi-Klo. Das ist ja geil, dass es hier ein Dixi-Klo gibt, was man auseinanderprügeln kann. Das finde ich cool. Das muss man einfach mal so sagen. Ich habe schon wieder vergessen, zu gucken, wann ich angefangen habe. Ich glaube so... Vor fünf Minuten kommt das so. Wollen wir es hoffen. So, das holen wir uns doch mal. Und hier können wir hoch. Wow. Aber da gab es einen komischen Hänger. Aber durch meine unglaublichen Skills habe ich es geschafft, dann einfach hochzuspringen. So. Ja. Ähm... Kann ich noch irgendwas erzählen? Abgesehen davon, dass mir der Typ mit der Brechstange hier gerade ordentlich auf den Brechreiz geht's. Geht's. Versucht mal mal was Intelligentes zu... Ach, verdammt. Jawohl. So. Geil. Ich springe konnt hoch und lass mich treffen. Super Sache. Meine Fresse. Was habe ich denn jetzt gemacht? Waren das diese Dinger, die man... Hä? Hm. Ich habe einfach mal meine andere Taste gedrückt. Aber was ich da jetzt genau gemacht habe, weiß ich auch nicht. Jo. Haben wollen. Und kaputt schlagen wollen. Komm mal her. Typ. Scheiße. So. Hier unten war noch ein Daredevil-Zeichen. Ganz genau. Ach. Alter. Da oben ist auch noch ein Daredevil-Zeichen. So. Da hoch. Das wollen wir jetzt mal nicht kaputt machen. Denn da kommt eh ein Typ raus. Auch wenn es mir gerade in den Fingern juckt, dieses Dixi-Klo zu zertrümmern. Ähm. Den Typ mit der Brechstange hier noch kaputt schlagen. Bams. Bams. Freshe Fighting-Geräusche. Und von dem lassen wir uns treffen. Gut. Super Sache. Machen wir so. Ähm. Ja, dann habe ich in letzter, oder was heißt in letzter Zeit. Ich habe heute mal meinen Account auf, ähm, Let's Play Feedback und die Berichte. So, hier unten ist gar nichts. Auch gut. Ähm. Und die Berichte von mir auf SchülerVZ aktualisiert. So, im Sinne von ein bisschen Eigenwerbung. Ah, verdammt. Ah, gut. Der ist zu doof, sich hinzocken. Das ist schön. Scheiße. Und ich bin zu doof, unten zu bleiben. Ja. Ach Gott, ey. Yo. Ist klar. Das Spiel ist scheiße. Ich will wieder Saboteur spielen. Aber ich will auch der Devil irgendwann durchkriegen. Also, scheiß drauf. Oh mein Gott. Und warum lassen sich die Sacke sich da nicht richtig treffen? Mann. Und ich möchte wissen, was ich da vorhin gemacht habe. Das wollen wir noch haben. Wow. Ach, komm schon. Geht doch. So, das noch. Den treten wir so um. Und ja, ich weiß, dass ich manchmal ein bisschen spät... Ach Gott, Leben. ...haben wollen. Was habe ich hier unten eingesammelt? Weiß ich auch nicht. Wop. So. Jetzt erstmal den Typen. Was... Was läutet da? Scheiße. Genau, wenn der Schutzschild weg ist, trifft er mich. Ist klar. Ist klar. Arschloch. Du fette Sau, ey. Mann, der ist hier überhaupt nicht fett. Aber ich weiß gerade gar nicht, was ich groß erzählen soll. Abgesehen davon, dass ich... ...schon wieder kurz vorm... ...sterben bin. Langsam pisst mir das Spiel an. Ey. Diese... ...Mafia-Boss hier, ey. Ein verfickter Schlag. Und ich bin fast tot. So. Prügeln. Nee. Komm. Tun wir so, als hätten wir dieses Level noch nie gesehen. Jetzt bleiben wir mal hier stehen und hoffen, dass dieser Arsch mit der Brechstange nicht auf uns zurennt. Scheiße. Funktioniert nicht. Also, funktioniert schon, aber nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Denn wir verlieren... Nein. Trotzdem Leben. Aber wir haben mehr Leben als vorher. Okay. Gut. So weit, so gut. So weit, so gut. Okay. Hier können wir das nämlich wieder auffüllen. So. Jetzt er. Und er. So. Jetzt noch er. Scheiße. Der Devil-Zeichen. Und die... Ach komm. Scheiße drauf. So. Hier wieder hoch. Das holen. Das holen. Hier wollen wir drüber springen und ihn hier verkloppen. So. Like this. Ihn noch. Komm schon, komm schon, komm schon. Das schaffst du noch. Das sieht absolut spannend aus. Diese Gameboy Advance Engine ist manchmal unglaublich. Okay. Den haben wir schon mal gut geschockt. Und jetzt wieder auf Fernkampf. Like... Nein, nicht like this. Egal. Egal. Wir rennen einfach von Seite zu Seite und kloppen von hinten auf den einen. Das funktioniert super. Danke sehr. Stopp. Erst ihn hier. Stopp. Leben holen. Und like this auf den hier. Gut. Der war scheiße. Ähm. Jetzt wieder das altbekannte Spielchen. Wir schleichen uns... Wir stellen uns hinter den Gegner warten, bis er es geschafft hat, aufzustellen. Scheiße. Scheiße. Wir sind schon wieder fast tot. Ach. Quatsch. Du brauchst mir doch nicht... Ja. Level geschafft. Oh man. Und das eine in der Levelzeit fehlte. So. Äh. Du versuchst... ...und zu zerstören, um dein Greed zu... ...besänftigen. Was auch immer das heißt. Oder zu befriedigen. Ich bin hier wegen Bullseye. Äh. Ich versuche nur ihn umzubringen... Äh. Ich versuche nur euch zu zerstören, weil ihr es verdient. Äh. Und genauso habt ihr... Äh. Hast du und dein... ...Meister Kingpin es verdient. Wenn die Leute anfangen, ihn meinen Meister zu nennen, äh... ...dann gehen die Sachen... ...dann ist es zu weit gegangen. Okay. Gut. Wir lassen uns noch einmal treffen. Machen hier unseren... ...Safe State. Ah. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Teil von Let's Play Daredevil. Danke fürs Zusehen und tschüss. Tschüss. ... Vielen Dank.